Arim Weidner mit dem Stadtverortenden Vorsteher am Berliner Bär. Wo sind wir denn jetzt? Ja Arim, du hast es schon gesagt, wir sind am Berliner Platz im Berliner Viertel und das hat seinen Grund, weil wir sind heute mit dem Programm Besondere Häuser, Besondere Menschen im Berliner Viertel und das Berliner Viertel zeichnet sich ja daraus aus, es ist ein interessantes Stück der Rüsselsheimer Baugeschichte. Die GEWO-Bau, die wir alle kennen, ist ja 1954 gegründet und 1960 war das das erste große Bauprojekt. Hier auf der grünen Wiese entstand das Berliner Viertel. Das sieht man hier auch an der Bausubstanz, alles 60er Jahre und wir besuchen heute Frau Dayankatsch. Wer aufpasst, der Name ist bekannt, es ist nämlich die Mutter des Ausländerbeiratsvorsitzenden Adnan Dayankatsch und sie wohnt hier im Berliner Viertel in der Georg-Dreber-Straße und wir besuchen sie, weil sie ist ein interessanter Mensch und ihre Wohnung in der Georg-Dreber-Straße, dieses Wohnviertel, ist noch etwas besonderes für Rüsselsheim und das gucken wir uns heute genauer an. Ja, ich freue mich hier heute bei Familie Dayankatsch zu sein. Frau Dayankatsch, vielen Dank, dass die Möglichkeit besteht, dass wir sie kennenlernen, dass wir sie ein bisschen vorstellen können, dass wir ihre Familie vorstellen können. Ihren Sohn Adnan Dayankatsch, den man ja gut in Rüsselsheim kennt als Ausländerbeiratsvorsitzender. Ja, natürlich. Auch ihre Enkelin ist mit dabei, die ganze Familie, eine Tochter ist noch hier und ein Sohn, der wohnt noch in Hamburg, haben Sie mir erzählt. Ja, 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 Hamburg. Ich will kurz ein bisschen erzählen, warum wir hier sind. Wir sind erstmal hier im Berliner Viertel in Rüsselsheim, wo Sie wohnen, in der Georg-Dreber-Straße 81 und Sie wohnen schon seit einigen Jahren hier und Sie sind so eigentlich eine typische Rüsselsheimerin, das muss ich mal sagen. Sie können es gleich noch mal ein bisschen erzählen, weil so ein paar Stichworte will ich mal vorweg geben. Sie haben lange bei Opel gearbeitet, sind mit Ihrer Familie hier nach Rüsselsheim gekommen und Ihre Kinder haben alle einen Aufstieg gemacht. Die waren alle sehr erfolgreich. Die waren in der Schule, aus allen ist was geworden. Vielleicht können Sie das einfach noch mal ein bisschen erzählen. Wie war das, als Sie nach Deutschland und nach Rüsselsheim gekommen sind? Können Sie das noch mal ein bisschen erzählen? Warum kamen wir in Rüsselsheim? Ich bin hier noch zwei Schwestern anhalten. Okay, ja. Nachher ist das, meine Mann sagt, kommen wir in der Opel, gut Geld. Ja, ja. Gute Arbeit, ja. Gute Arbeit, Giesen, nichts für Geld. Sie waren vorhin in Giesen, ja. Giesen. Bisschen in der Papierfabrikarbeit, aber nichts für Geld. Mhm. Nachher kamen wir in der Küche. Ja. Ich warte zwei Jahre, nachher ist ein bisschen Opel. Ja. Was haben Sie gearbeitet? Die war erst in der Kantine, glaube ich. In der Kantine. Ein Jahr der Kantine, nachher ist es am Band. Mhm. Also ganz klassisch, bei Opel hart gearbeitet. Ja, ja. Und jetzt müssen wir sagen, als Sie nach Deutschland gekommen sind, es gab keine Deutschkurse, Sie haben sich das alles selbst beigebracht. Ja, gar nicht so. Was ist nur Türkisch? Ja, du musst da alles Türkisch sprechen. Gar nicht. Wir müssen dazu sagen, Ihre Wurzeln liegen auch in Bosnien. Ihre Mutter kommt aus Bosnien. Ja. Die Eltern kommen aus Bosnien. Ja. Die Eltern. Die Eltern kommen aus Bosnien. Ja. Genau. Und dann sind Sie aber in die Familie, Sie sind in die Türkei gegangen und von der Türkei sind Sie dann nach Deutschland gekommen. Ich heirate. Meine Mann kommt. Ich vier. Meine Mann kommt bis in München. Nachher alleine, nichts bleiben. Komm, eine Jahre. Ich sag, komm, geh nicht zusammen. Mach nicht zusammen ein bisschen Geld. Mhm. Ich komm nicht zusammen. Ich bin da, eine Jahre arbeiten im Dachau. Mhm. Nachher kommt mir ein Brief, sagt meine Schwäge Mama, ich deine Kinder nix passen, komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Die Oma war erkrankt jetzt. Ja, komm zurück. Okay. Ich geh zurück, meine Mann bleiben. Mhm. Okay. Meine Mann eine Jahre bleiben, komm, ich sag, ich alleine gar nichts mehr machen, was muss Familie bringen. Mhm. Nach Gießen. Nach Gießen. Nach Gießen. Ja, genau. Mhm. Ich geh, aber ich geh zwei Stunden arbeiten. Kinder, kleine, alt, zwölf Jahre, ich nix arbeiten. Nur zwei Stunden, drei Stunden. Okay. Geh in eine Büro pusten. Mhm. Als Putzfrau haben Sie gearbeitet. Ja, das muss Tasche gehen. Mhm. Ja. Komm in Wicke. Nach Wicke? Mhm. Fünf Jahre. Nachdem wir offen geben, schon wohnen. Dicke Busch. In Dicke Busch haben Sie gewohnt, ja? Ja. Ja. Fünf Jahre, ja. Fünf Jahre Dicke Busch. Okay. Der Opel, schwer zu arbeiten, aber gut geht. Gut verdient, ja. Ja. Immer gut gezahlt, der Opel, ja. Nachher, ich kenne da viel Kaffee, neue Autos, ja. Ich mache immer vier Jahre. Ja. 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 Nachher, ich komme hier, ein bisschen meine Mann war früher Renten. Mhm. Opel wohnen, mir viel Feuer. Aber Ihr Mann hat auch bei Opel gearbeitet? Ja. Ja. Deshalb sind Sie nach Brüsselsheim gekommen? Ja, ja. Weil er bei Opel gearbeitet hat, ja? Okay. Nachher aus intake wurden wir nur Taos lives. Mhm. Nachher, nicht bannedひ Jazma?�� in Wicke, 300 Jahre. Ja. Johny mehr! Nachher, ich komme drei Sylem Soule wohnen.死ES España, ich komme. Nachher, ich komme. Das ist aber... 온, ja. Ich komme. Das ist aber nicht. Ja, ja. Nachher, na ja? giorni waren disgusten straight? Ja. Nachher, nachher mir, nachher Male trochęquez Grüt'n ja da, Ich gehe heiraten. 20 Jahre, nachher ich schiebe, dann kommst du zurück. Nachher sagst du, komm zusammen, hier wohnen, egal was Familie, aber nicht viel weit, hier Adnan, hier ich, meine, ein Fuß hier, ein Fuß, andere wohnen. Okay. Aber Frau Deingang, was mir nochmal wichtig ist, Sie haben sich immer engagiert und das scheint in Ihrer Familie drin zu stecken. Der Adnan ist ja ein sehr engagierter, als Ausländer war er, als Vorsitzender, hat immer sich engagiert, auch im Fußball sich engagiert, aber Sie auch, Sie waren hier in Rüsselsheim, in einem Verein. Können Sie dazu was sagen? Nachher, ich sagst, Adnan, es ist nur ein Platz, es muss mir machen, was... Sie waren natürlich schon im Frauenverein, aktiv. 20 Jahre. 20 Jahre im Verein, aktiv, hier in Rüsselsheim. Und Sie haben anderen Frauen geholfen? Und nachher, wir sind ein bisschen arme Leute, weil man ein bisschen, ich will schieden, nichts mehr, nichts verstehen Deutsch. Nachher, nicht ein Dolmatsch, ich muss gehen machen, alle helfen, ein bisschen arbeitslos Geld, alles nicht helfen. Nachher, nicht alle Jahre, ein Mal Kipp machen, was nicht haben, türkisch essen, jugoslawisch essen, ein bisschen, Stratikul, oder nicht? Diese Festival der Kulturen. Ja, alle Fahrten, okay. Nachher, wenn Sie Geld sparen machen. Ja, Geld sparen, okay. Nachher, in einem Bus gehen, dann... Ja, Sie haben viele Fahrten organisiert in dem Verein. Nach Paris haben Sie mir erzählt, nach Bayern, überall in Deutschland. Ja, alle, ja. Toll, ja? Also Sie haben Deutschland kennengelernt. Ich alleine nichts machen, alle Kollegen zusammen. Ja, in der Gruppe. Ja, in der Gruppe. Ja, in der Gruppe. Ja, in meiner Schwiegetochter, Maren, ich bisschen Küche viel kochen. Okay. Ja, türkisch. Hallo. Aber viel gehen, Maren, bisschen Berlin. Paris. Paris. Ja. Ah, viel, viel, muss voll, voraussagen. Bisschen Musik machen, Slash, Essen. Super, ja. Ewig. Dann haben Sie mir erzählt, Sie wohnen ja auch schon viele Jahre hier in der Georg-Tree-Ber-Steise. Ja. Und Sie haben sich immer sehr wohl gefühlt in der Nachbarschaft. War gut, die Nachbarschaft. Alles gut. Ein bisschen türkische Leute gut, deutsche Leute gut, marakonische Leute, alles gut. Mhm. Haben Sie sich sehr wohl gefühlt. Ich alles kontakt, alles liebe. Mhm. Sehr schön. Haben Sie sich hier wohl gefühlt. Ich alles liebe. Und Sie haben ja vorhin gesagt, Sie fühlen sich als Rüsselsheimerin. Ja, natürlich. Ja. Aber Sie haben erzählt, anfangs, als Sie nach Deutschland kamen, Sie haben immer nur vier, fünf Jahre und dann zurück in die Türkei. Aber Sie sind nie gegangen. Da sagst du, ich nix gehen. Ja. Und Sie wollten auch hier bleiben wegen den Kindern? Natürlich Kinder, ja. Wo ist denn Kinder? Also Schule kaputt machen, Kinder vielleicht Schule nix gut machen. Was machen wir hier? Sie wollten das? Ein krank Mann. Ja. Ihr Mann war sehr krank, ja. Ja. Es war wichtig, dass die Kinder in der Schule Erfolg haben in Deutschland. Das war Ihnen wichtig, ne? Ja. 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 Ich muss aber sagen, ich habe großen Respekt vor Ihrer Leistung. Sie sind nach Deutschland gekommen, konnten kein Wort Deutsch. Es gab damals noch nicht so Hilfe wie heute. Aber Sie haben Ihre Familie nach vorne gebracht. Ja. Ja. Erfolgreich. Respekt. Toll. Da sind wir auch sehr dankbar. Ja. Das glaube ich. Das dürfen Sie auch sein, ja. Ich muss Ihnen sagen, Sie sind ein typisches Beispiel für viele Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, nach Rüsselsheim gekommen sind. Ja. Ja. Hier ihr Glück gefunden haben. Ihre Kinder aufgezogen haben. Ja. Unter schwierigen Bedingungen. Ihr Mann war schwer krank. Sie haben Kinder. Sie hatten keine Ausbildung, aber Sie haben immer gearbeitet. Ja. Ich kann, ja. Und Sie sind erfolgreich gewesen hier in Deutschland. Das ist toll. Respekt. Was wir sagen. Ich bin nicht viel studiert, aber meine Kumpelarbeit. Ja. 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 Ich bin ein bisschen mehr sexiert, dann war eine Papa Türke. Eine Schwester mir, eine kranke Schwester, andere auch. Ich nicht viel Schule, nur ein bisschen nach Hause. Ich muss machen, Arbeit und Mama. Sie waren die Managerin zu Hause, ja? Ja, Managerin. Ja. Deutschland, ja. Ich hoffe doch. Sie war die treibende Kraft. Sie war die treibende Kraft, ja. Aber Ihr Sohn hat mir erzählt vorhin, Sie haben mit Paaren 50 aber zum Beispiel noch mal Arabisch gelernt. Also Sie wollten immer auch was tun. Ich will. Ich denke, was gehen. Mekka alles kommt. Ich mache ein bisschen Arabisch. Ich muss Koran reden. Ich gehe suchen. Halt machen, ein bisschen Pilger fahren. Zwei Mal gehen. Toll. Ja. Ich will noch mal gehen, aber keine Leute mehr. Sie sind immer noch fit. Dürfen wir Ihr Alter verraten? Ja. Dürfen wir sagen, wie alt Sie sind? Normal macht man nicht bei Damen, ja? Aber bei Ihnen dürfen wir, darf ich das sagen, ja? Sie sind 1942 geboren, ja? Ja. Ja. Ist das richtig? Richtig. Also top fit mit diesem Alter, ja? Respekt. Ja, ja. Ein Alter lustig für alle. Super. Sehr gut, sehr gut. Morgen war ein Circus, was wir von Telefon, was mit Brief. Ja? Ja, toll. Zeitung. Ja, sehr schön. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Frau Dayankat, nochmals vielen Dank, dass wir Sie kennenlernen durften, dass wir Sie auch ein bisschen vorstellen dürfen, weil ich denke, Sie sind ein positives Beispiel für eine typische Rüsselsheimerin, die Ihre Familie, die aus einem anderen Land gekommen sind, jeher gekommen sind, aber sich integriert haben und Ihre Kinder einen Weg, erfolgreichen Weg gebahnt haben. Ja, ja. Man sieht es, Ihre Enkelin studiert, Ihre Kinder, Ihre Söhne, Töchter, alle auf einem gutem Weg. Toll. Respekt. Vielen Dank, Frau Dayankat. Ja, ich sage mal. Teşekkür. Teşekkür. Noch zwei Jahre nachher, vielleicht wäre ich ein Roman, das ich schreibe. Ja, Sie schreiben alles auf, vielleicht lesen wir noch mal von Ihnen, vielen Dank. Wann ich vielleicht nicht so bin, ja. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Vielen Dank.